Hallo liebe Leute, ich bin Lucida und begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Let's Play Detroit Become Human und während sich das im Hintergrund so ein bisschen konfiguriert, mache ich mal eine kleine kurze Einführung zu dem Spiel, damit ihr wisst um was es geht. Also ich spreche das ein, nachdem ich die Folge gemacht habe. Ich weiß also schon was passiert ist und ich kann euch sagen, es wird sehr dramatisch. Ich war entsetzt, schockiert, entsetzt und begeistert, also es kommen tolle Sachen auf uns zu, denke ich, mit diesem Let's Play. Es ist ein Story-Let's Play und es geht im Großen und Ganzen um Roboterrechte. Das klingt jetzt erst mal sehr juristisch, aber so ist es nicht gemeint. Vielleicht kennt ihr die Filme und Geschichten AI, Artificial Intelligence oder Der 200 Jahre Mann oder iRobot. Die beiden letzten sind von Isaac Asimov, wovon ich eh schon immer ein großer Fan gewesen bin und ich mag einfach diese Geschichten, in denen es darum geht, zu überlegen, was wir mit menschlichen Robotern anstellen würden. Also was machen wir, wenn ein Roboter sich verhält wie ein Mensch, aber auch fühlt wie ein Mensch? Er hat einfach Gefühle, möchte behandelt werden wie ein fühlendes Wesen, aber für uns Menschen ist es natürlich nur ein Ding, ein Roboter, der im Prinzip als Sklaver arbeitet, keine Rechte hat. Und ja, darum geht's in all diesen drei Geschichten. Darum geht's wohl auch hier in Detroit Become Human. Wir werden das hier in der ersten Folge schon sehen und ja, wie gesagt, es wird dramatisch, so viel kann ich schon versprechen. Und ich freue mich sehr, mit euch dieses Let's Play zu machen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Geschichte mit mir zusammen miterlebt. Und ja, das Spiel kommt aus dem Jahr 2018, war ursprünglich exklusiv für die PS4 gedacht und wurde dann vor ungefähr einem Jahr auch für ein PC released. Und ich bin eben jetzt erst dazu gekommen, das zu machen. Genau. Dann, liebe Leute, kann ich euch nur viel Spaß damit wünschen und sage jetzt mal Pilotfolge ab. Hallo, willkommen beim Detroit Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Wir gucken uns das mal an und stellen das hier mal an, so wie sie das wünscht. Wir können ja nicht ewig warten müssen. Das wäre sehr unhuman. Untertitel machen wir erstmal aus. Untertitelgröße lassen wir weg. Gut, fortfahren. Jetzt bin ich sehr gespannt. Passen Sie die Bildschirmeinstellungen an. Okay, alles klar. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. Ich möchte ein immersives Gameplay mit einer fortgeschrittenen Steuerung. Eine faire Herausforderung, in der Fehler zum Verlust eines Charakters führen können. Ja, würde ich sagen, erfahren oder leicht. Ich möchte mich mit einer einfachen Steuerung auf die Story konzentrieren. Eine leichtere Herausforderung mit weniger Chancen, einen Charakter zu verlieren. Das stellt mich jetzt vor Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht genau. Liebe Leute, normalerweise spiele ich nicht auf leicht, aber ich denke hier in dem Fall vielleicht schon. Ich denke, das ist für uns alle weniger frustrierend, wenn wir uns auf die Story konzentrieren können und nicht auf einmal irgendwie einen Charakter verlieren. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir den Charakter verlieren. Ja, ich denke, wir spielen mal auf leicht. Auslandsweise. Vielleicht mache ich später aber auch schwer durch. Mal gucken. Sie sind jetzt bereit, die Joy zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. Oha. 20, 38. Oh ja, ein Android. Oh mein Gott, das ist schon toll gemacht. Liberty. Oh mein Gott. Da scheint sich sehr menschlich zu verhalten. Vermittler vor Ort. Wiederhole. Vermittler ist jetzt vor Ort. Sogar die Haare hat er hier im Nacken so rausrasiert. Das gibt es doch nicht. Okay. Wir bewegen uns mit folgenden Tasten. Kriegen wir hin. Oh mein Gott. Tolle Grafik. Ist auch merkwürdig hier mit dieser Third-Person-Störung. Was? Oh je. Was passiert hier? Nehmen. Interagiere mit Hilfe der Maus. Ah ja. Okay. Ah, okay. Der erkennt gleich, wer da zu sehen ist. Philips Caroline, geboren 2001. Geboren 2001. Philips Emma ist die Tochter, geboren 2028. Und der Mann 1999 geboren. Okay. Oh Gott, was ist da los? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist da los? Liebe Leute, ich habe schon von Airwolf gehört, es wäre besser, mit einem Controller zu spielen. Ich merke hier gerade, ich bin zu doof für diese Steuerung. Aha. Ah, jetzt haben wir hier so einen Modus, wo wir uns besser umschauen können. Wie das geht mit dem Hinknien? Keine Ahnung. Okay, also die Steuerung ist wirklich sehr, sehr komisch. Ah, du meine Güte. Zwergfadenfisch. Aha. Liegen lassen. Ach du Schandes. Nein, nicht liegen lassen. Das arme Viech soll gerettet werden. Nein, jetzt kann ich das Viech nicht mehr retten. Ja, die Steuerung ist wirklich sehr merkwürdig. Ich hoffe, da werde ich mich noch dran gewöhnen. Also es ist nicht, dass ich mich mit einer Taste hinknie, sondern dass ich die Maus dazu drücke und dann irgendwie hoch oder runter ziehe oder sowas. Sehr komisch. Okay, da können wir gucken mit Kuh. Aha. Ja, ja. Die Tochter wartet auch. Mensch, ich hätte den Fisch retten wollen. So ein Mist. Aber gut, ich bin ja hier ein Android. Ich finde Captain Allen. Okay. Sprechen. Aha. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Einer durchgedreht. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Wer ist sie? Ah, okay. Da müssen wir jetzt schnell reagieren. Name ist abweich. Lass fragen wir einfach mal. Ist dein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Okay. Emotionaler Schock. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Taktweicher. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Ich sah mich um einen Androiden. Ach du Schande. Ach du Schande. Kümmern. Chance auf Erfolg. 48%. Verstehe, was passiert ist. Rettet die Geisel um jeden Preis. Es fehlt eine Pistole. Halte zum Analysieren. Die linke Maus hast du gedrückt. Aha. Black Hawk. Kapazität 70 Kugeln. Da haben wir noch was. Daten werden verarbeitet. Munition. Rekonstruieren. Aha. Jetzt können wir uns angucken, was er da rekonstruiert anscheinend. Aha. Rekonstruktion unvollständig. Hat er das runtergenommen? Ach, er hat das runtergenommen. Ah, okay. Wir lassen hier nach vorne spulen, aber spulen eigentlich in der Vergangenheit zurück. Kompliziert. Okay, hier fehlt noch was. Der Abweichen an die Waffe des Vaters. Ach du Schande. Okay. Rekonstruktion abgeschlossen. Ach du Schande. Der Erfolg wird größer. Oh Gott, die Steuerung ist echt. Ah. Na gut, okay. Jede Sekunde ist der. Oh Scheiße. Die dachte Schande. Das fällt schon wieder. Versteht ihr, was passiert ist? Was kann ich jetzt hier machen? Ort die Geisel. Oh mein Gott. Erwurf hat mir gesagt, ich sollte besser mit dem Controller spielen. mit dem PS4 Controller. Das wird es einfacher machen. Versuche das Zimmer der Geisel. Und er hat gesagt, man muss manchmal schnell reagieren. Untersuchen. Mach schneller, Android. Okay. Daniel ist der Abweichler. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oft vorteilhaft. Okay, das ist gut. Anhören. Kind hörte keine Schüssel. Ist das so? Gut, wir gucken hier mal noch. Da gibt es doch irgendwas. Das ist immer der Geisel durchsucht. Was war das gerade? Also die Steuerung ist wirklich sehr krass. Sehr merkwürdig. Okay, was noch? Irgendwas fehlt noch. Habe ich noch nicht gemacht. Da wurde geschossen anscheinend. Und da suchen wir die Opfer. Da sind Opfer. So, Sherlock, zeig mal. Irgendwo. Ach du je. Schusswundekaliber 355. Lungenblutung. Innere Blutung. Verstorben. Alles klar. Philips. Oh Gott. Das war der Vater. 1999 geboren. Todeszeitpunkt 1929. Also vor einer Stunde oder sowas, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Schusswundekaliber. Aha. Linkeniere perforiert. Tödliches. Abdominaltrauma. Lungenblutung. Okay. Sieht nicht gut aus. Der ist hinüber. Okay. Guck mal was da passiert ist. Er wurde erschossen. Saß da. Er wurde zurück und nach einem neuen Hinweis zu suchen. Vater hielt etwas in der Hand. Ach du Schande. Okay. Ach das ist ja geil. Autsch. Was war das jetzt? Ach so. Da hinten ist irgendwas weggeflogen. Was er in der Hand hatte. Das können wir uns vielleicht nur angucken. Hier. Etwas in der Hand. Alles klar. Alles abgeschlossen. Gut. Da gucken wir mal. Gucken nach dem Tab. Was er da hatte. Tablet. Entsperren. Ihre Bestellung eines AP 700 Androiden wurde registriert. Cyberlife bedankt sich für ihren Einkauf. Ach du Schande. Der Abweicher sollte ersetzt werden. Da hat er keinen Bock drauf gehabt. Krass. Okay. Oh mein Gott. Ah. Da ist er wohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist krass gemacht. War erster vor Ort. Schuss von der Kaliber. Herzkammer perforiert. Blöd. Verstorben. Okay. Ist eine halbe Stunde später gestorben. Schussrückstände. Nur ein Schuss. Das ist cool gemacht. Benutze die Maus um die Kamera zu bewegen. Heißt irgendwas. Geisel sah die Schießerei. Ach du Schande. Okay. Das Mädchen ist die Geisel. Der Vater ist getötet worden. Polizist verletzt den Abweichler. Neuer Hinweis. Da ist die Waffe. Geortet. Alter ist das brutal gemacht. Oh Gott. Also so. Leute wir machen ja ganz kurz mal einen Cut. Das Spiel hat ewig gebraucht um am Anfang so ein paar Konfigurationen einzustellen. Und währenddessen wurden so Androiden eingespielt. Die ich mir angucken konnte. Und dann habe ich so ein Einblick bekommen was es für Androiden alles gibt in dieser Welt. Und ich habe mir das sogar aufgeschrieben weil das so viele sind. Es gibt einen Androiden der nur Freund ist. Den kann man kaufen. Er ist seine beste Freund. Oder man kann einen kaufen zur Kindererziehung. Vielleicht war das jetzt gerade so einer dieser Abweichler hier. Es gibt Lernhilfen. Es gibt Partner. Perfekte Partner die sich niemals beschweren. Haushaltshilfen. Haustieraufpasser. Persönliche Assistenten. Handwerker. Security. Und Personal Trainers. Also das ist das was ich mir jetzt mal aufgeschrieben habe. Und ich nehme an dieser Abweichler ist vielleicht so ein Kindererziehungs Bot gewesen. Oder einer der halt hier im Haushalt irgendwie hilft. Nanny keine Ahnung. Irgendwie sowas. Oh mein Gott. Okay also sehr geil gemacht. Also wirklich. Gut da hinten verschwindet er. Wir gucken jetzt nach der Waffe. Der liegt da unten. Äh. Wo ist jetzt diese Waffe? Unter dem Tisch oder? Ach da unten liegt sie. Der läuft einfach drüber so gut. Steigt mal einfach kurz drüber. Hammer. Hammermäßig gemacht. Gewöhnungsbedürftige Steuerung aber hammermäßig gemacht. Androiden ist der strengstens untersagt Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Wo hat er die denn dann her? Warum konnte er sie tragen? Jemand muss ihm gegeben haben und ihn das vielleicht befohlen haben oder? Vielleicht war es die Ehefrau. Okay dann gucken wir mal. Sentry. Ach Gott das bewegt sich alles. Mehr Androiden weniger Arbeit. Oh Gott da steht sogar noch ein Topf auf der Platte. Krass. Okay so sieht's aus. 66% Chance auf Erfolg. Orte die Geisel. Okay wir gucken mal hier weiter. Da ist da irgendwas. Oh. Frisches blaues Blut. Modell PL 600. Cell Nummer. Ah. Ist verwundet. Ein PL 600 Modell. Verwundet. Da. So ein Kochtopf können wir uns auch noch angucken. Mach dir mal eine aus ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die Familie wollte zu Abend essen. Hammer. Wie geil es ist gemacht. Okay da hinten sind noch diese Soldaten die man da anschauen kann. Da haben wir irgendwas noch am Boden. Ein Schuh. Du Schönde. Kinderschuh. So buntes Modell. Spuren menschlichen Blutes. Geisel könnte verletzt sein. Alter. Hier haben wir auch noch irgendwas gehabt. Ist aber sehr gewöhnungsbedürftig hier die Kamera immer so hinzudrehen irgendwie. Da ist er. Jede Sekunde zählt. Ach du Schande. Der wartet die ganze Zeit während ich hier meine Untersuchungen mache. Da ist aber blaues Blut. Nein. Ich muss nach draußen gehen. Achso doch das ist das. Da hinten wär noch was. Ich guck mir das lieber nochmal an. Ich bin so neu im Spiel, dass ich lieber erst alles angucken will. Genau. Vorbereitet und Seit einer Stunde wird ein Mädchen auf einer Dachtterrasse als Geisel festgehalten, hier im Zentrum von Detroit. Noch steht nicht fest, was genau passiert ist. Aber der Täter scheint der Androide der Familie zu sein. Der Androide der Familie. Okay, äh, da fällt mir gerade ein. Es gibt ja auch noch den Film I, Robot, beziehungsweise auch das Buch. Und mit Will Smith. Da geht es auch um irgendwie einen Android, der eigentlich... Okay, jetzt laufe ich da rückwärts rum. Der eigentlich niemanden töten darf, aber es trotzdem irgendwie getan hat. Also es gibt wirklich viele Geschichten zu diesen Themen. So, jetzt gehen wir mal da raus. Mal gucken, ob wir mit dem reden können. Bei dem PL16 hatten. Ey, Junge, Alter! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Das ist mal dramatisch. Er wird instabil. Chance auf Erfolg, 64 Prozent. Ach du Scheiße! Gewinn des Vertrauen. Oh mein Gott! Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Oh mein Gott! Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe! Niemand kann mir helfen! Es soll einfach alles aufhören! Scheiße, ist das krass! Ich will nur, dass alles aufhört! Bist du bewaffnet? Ja. Ich habe eine Waffe fallen lassen. Ganz langsam oder ich schieße! Scheiße, ist das dramatisch. So. Wir kriegen das hin. Äh... Emma und du? Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Emma, das ist die Frau. Ich habe dir diese Option entsperrt. Genau, ich habe das entsperrt. Oh nein, der arme Kerl. Scheiße. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Scheiße. Äh... Einfühlsam. Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein. Es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Scheiße. Ich liebe dich. Es geht nicht gut aus. Nein. Doch ich bedeutete ihnen nichts. Der kann nicht gewinnen. Ich war nur ein Sklave für ihre Brennsarbeit. Nein. Da hat er leider recht. Sobald er aufgibt, werden sie ihn erschießen. Oder ein Motto. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Das muss auch anders gehen. Der Ohne ist unter Kontrolle. Vertrauen. Du musst mir vertrauen, deiner. Oh Gott, ich werde es enttäuschen. Du musst das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Oh scheiße. Ich will das alle abhauen. Und ich will dein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Selbstopfer im Kompromiss ablehnen. Oh mein Gott. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Er wird aber sterben. Oh Gott, oh Gott. Ah, scheiße, 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 Wahrheit. Du hast Menschen getötet. Nichts kann deine Zerstörung mehr verhindern. Auch ein weiterer Mord wird dir nichts nützen. Wird instabil. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Oh Gott. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Alter. Oh mein Gott. Ein bisschen erfolgreich. Alter, okay. Boah, ich bin ein bisschen sprachlos. Krass. Ja, jetzt wissen wir auch, was wir uns hier einlassen. Dieses Ablaufdiagramm einer Zähne. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollstellung des Ablaufsdiagramms hinzugezählt werden. Achso, es gibt also unterschiedliche Wege, wie man alles machen kann. Oh mein Gott. Connor sprang wegen Emma und viel. Er ist tot. Ach du Sch... Ach du Sch... Dann guck ich dir das mal an. Das ist die Szene. 51% abgeschlossen. Das heißt, wenn ich das nochmal neu spielen würde, könnte ich ganz anders entscheiden. Es würde was ganz anderes passieren. Draußen konfrontieren. Mit ihm verhandeln. Wahrheit über die Waffe sagen. Nah genug herangehen. Ach du Scheiße. Also eins von... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Oder sechs möglichen Ergebnissen war das jetzt hier nur. Das ist ja der Hammer. Fisch ignorieren. Den wollte ich eigentlich aufheben. Ich trottel. Okay, sehr krass. Portfall. Hammer. 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 Okay. Ax400. Reboot Memory. Oh Gott. Ich boote? Okay. Ich boote? Jetzt finde ich gut. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichtgespräch, 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Scheiße. Liebling. Der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur 7.999 Dollar mit einem zinslosen Kredit auf zwei Jahre. Und sie haben zwei Jahre Garantie auf das Modell. Customer is your Android. Oh mein Gott. Das ist er dann. Wir nehmen ihn. Folgen Sie mir bitte. Wir machen alles fertig. Boah, ich bin entsetzt, liebe Leute. Also wirklich, ich bin entsetzt. Jetzt bauen die menschenartige Wesen zusammen. Die sind zwar künstlich, aber sie haben anscheinend, man hat gesehen, die haben Gefühle und alles. Man kann dann nicht einfach sagen... Man kann die da nicht einfach als Sache sein. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ich will nicht zurück zu ihm. Wie auch immer. Er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also wir mussten den Speicher löschen. Scheiße. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt es einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Oh Gott. Android City. Boah, ich merke schon, das Spiel wird mich fertig, Mann. Hammer, krass. So viele Androiden überall. Das ist so ein Tochter-Modell vielleicht. Anscheinend. Autounfall. Wahrscheinlich hat er sie verprügelt ohne Ende. Also bis vorhin hat mich schon so ein bisschen aufgeregt, wirklich. Echt. Mal gucken, was da noch kommt. Also auch wenn diese Androiden, er hat seinen Job verloren wegen eines Androiden, auch wenn das keine Menschen sind, aber sie scheinen doch programmiert zu sein als... Okay, jetzt geht es weiter. 5. November. Das bin wohl ich. Aha. Geht's um Malerei bedarf Bellini. Okay, keine Ahnung, wer ich jetzt bin. Ein Android hilft dem alten Mann. Ja, also so Androiden können wohl schon ziemlich im Alltag hilfreich sein. Oder gut, also gehen wir da mal hin. Mein Gott, das ist aber eine schöne Grafik. Sieht wirklich toll aus. Jogger. Ein Androiden-Jogger. Hey, Wasser. Wird der Hand so... Alter. Okay, ich finde... Man hat gerade so richtig gemerkt, dass der halt einfach nur Gegenstand ist. Der Android hat ihm einfach das... sozusagen fast schön ins Gesicht geworfen. Liebe Leute, wir hören an dieser Stelle mal auf. Ich finde, das Spiel sieht sehr vielversprechend aus. Und... Ja, ich glaube, es wird mich fertig machen. Ich hoffe auf viele moralische Entscheidungen. Und ja, eine moralische Geschichte. Eine interessante, dramatische Geschichte. Es ging ja schon sehr toll los. Ja, liebe Leute, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr bisher davon haltet. Und ja, macht's gut. Bis übermorgen. Tschüss. Tschüss.